elektroschock pfeile nanocling test munition tesla betäubungspfeile behalten gefechts munition mp pistolen munition natürlich die wegwerfen bräuchte die pistole auch nicht rauchgranate rauchgranate werde ich an die die benutzen genau wie eine schockgranate dann und die andere knarren die beiden weg wozu behalten 40 mp motion auch nicht schlecht so ich hab den nicht gelesen so dann nochmal speichern so zugriff gewährt ach na super woher ich denn das denn gehackt für nichts schockgranate so so na super für so wenig so 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 auch voll so dann mal reinhacken hier so 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 jetzt meine ich ich erlisten dann kriegen ich den erfolg mit allessen auf hätte ich auch in einem spiel durchgang machen kann ich weiß aber ich ich wollte sowieso alle platz freischalten deswegen mache ich das so mache ich das so 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 dann mal los ab zur u-bahn mal willkommen beim stream dir zu kommen sind mal leck mich doch was denn das denn leck mich doch was denn das denn da muss ich mal hoch war ich noch nie oben oder war ich da schon mal oben doch könnte sein dass ich da schon mal oben war das ist das ist nicht so so ist eine schön es ist die k da und der der und der der und der Nichts. Letztes Jahr hat das Kollektiv das Verkehrssystem von London für mehrere Staaten veröffentlicht. Halten Tresor. Nochmal. Aha. Aha. So, dann geht es mal weiter. Ja, ich habe diesmal... Adam, alles klar? Diese Drohnen? Mir geht's gut. Wer immer sie geschickt hat, das hat nicht geklappt. Gott sei Dank. Janus hat gerade angerufen. VersaLife schließt sein Konto und räumt heute Abend den Datentresor aus. Das kann nicht warten. Du musst sofort hin. Geht nicht. Ich habe die Bombenbauerin gefunden. Sie weiß alles, soll aber getötet werden. Was? Scheiße, sie kappen die losen Enten. Ich kann nicht allein in eine Wand einbrechen. Wenn wir das jetzt nicht machen, verlieren wir die Orchidee. Scheiße. Wenn ich nicht ins Psikaschka-Viertel gehe, stirbt die Bombenbauerin und wir stehen wieder am Anfang. Deine Entscheidung. Jetzt weiß ich es wieder. Dann vergleiche ich aber dafür den Erfolg für den. Hm. Fuck. Pech. Er wird sterben. Tut mir leid. Zwar will ich nicht, dass er stirbt, aber... Ja. Die Bombenbauerin. Ja. Kommt. Ja. Scheiße. So. Das hat lange gedauert. Sie müssen da rein. Was ist das hier? Hier halten Sie meine Tochter fest. Nachdem ich Ihren Agenten entkommen war, bin ich einem dieser Fanatiker hierher gefolgt. Wo ist sie? Er hat gesagt, in einem der oberen Stockwerke. Aber die sind gesperrt. Diese Irren sind bewaffnet und da schießen jeden, der es versucht. Was werden Sie hier antun? Alles okay, Herr Stanek. Sie bleiben hier. Ich erledige das. So, da muss ich jetzt alle kalt machen. Und das Beste, ich kann alle Breach-Dinger gleich holen. Hm. Es sind zwei Leute da. Okay, mehr sind dann nicht. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich das mache. Darüber geht nicht. Muss ich schauen. Sehr viele haben den Weg hierher gef... Die Botschaft reicht weit. Die Worte der Mutter flüstern in die Runden der Ause. Deine Gezehnung. Genau wie... Du gehst nicht zur Bank, oder? Wie gesagt, die Bombenbauerin. Kann uns alles sagen, ich weiß. Aber wir reden über eine Bio-Waffe, Adam. Sobald der Tresor leer ist, sind alle gespeicherten Informationen über die Orchidee weg. Endgültig. Ja, von mir aus. Unser Hauptfeind ist jetzt die Zeit, Adam. Überleg's dir nochmal. Ja, da geht's nicht anders. Ich muss hier rein. Ich bin nur hier, um die Ascension zu vollziehen. Bald werden wir alle vereint sein. Es ist nur der erste von vier. Und wenn es nicht klappt, wir beide hochkommen. Anomalyse ist geschläht. Tracing-Programm initialisiert. Zugriff gewährt. Gut, hier ist nix. Hoffentlich findest du die Bombenbauerin, Adam. Denn gerade verlässt ein Konvoi gepanzerter Wagen die Bank. Hat Versa-Life schon alles ausgeräumt? Ja, wir haben gerade die beste Chance verloren, rauszukriegen, wie man die Orchidee kontert. Und das Gebiet wirklich gesichert ist, glaube ich, eher nicht. Hast du was gesagt? Na, wer erscheint jetzt? Wie, näher kommt ihr nicht ran? Wir sind allein. Okay, ich bin nur noch zwei. Verzeihung? Gehe nachdem, ich gebe dir Decker auf. Wir leben in Frieden, wie es sein soll. Wir haben keine Zeit zum Klaudern. Wie dr... Ich hab nichts gefunden. Was denn? Sind das alles hier...